ich habe auch schon mal einen bogen gebaut jetzt gestern ein bisschen hinterher laufen ist auf jeden fall super der bogen kannst auch die feile dann aus den toten wieder aufheben und so hat also viele feile brauchst du nicht zu bauen ja die lichte in einer zeit wieder im bunker wo die auch gefunden hast aber die ganzen sachen die man eine kiste hatten und das lager und so alles war weg ich weiß es noch nicht so genau wie man sowas speichert wenn ich auf lokales spiel gehe vielleicht muss man lokale spiel machen keine ahnung da ist dann nämlich noch alles da aber auch wenn ich online ein neues spiel aufmachen ist alles weg ich war zuletzt online aber ich hatte ja den server gemacht und glaube ich weiß nicht man muss mal gucken wenn du auf online geht es ganzen dann da fortsetzen machen oder nur neues camp auf online sehe ich jede menge andere spieler da kannst du unten auf fortsetzen gehen oder nur neues camp anklicken dann bringt das ja nix aber wenn ich auf online auf lokale spiel kann ich auch fortsetzen klicken naja kann ich auch ich weiß nicht ob ich dich da einladen kann noch mal probieren ja hier ist mein ganzes zeug nämlich noch wie war das jetzt noch mal mit dem einladen oder konntest du so einfach joinen oder wie war das ich weiß mehr so profil 1 so bin ich wo bin ich wo bin ich wo bin ich wo bin ich hier ist alles machete habe ich also verboten in der tasche habe ich noch aber die kiste ist weg naja das ist aber sehr scheiße obwohl naja bringt ja nix dann immer weg ist falsch gemacht denke ich vielleicht geht das auch mit dem lokalen spiel hier wie konnte ich jetzt noch mal einladen oder kannst du einfach so wollen oder wie war das ich habe keine ahnung du bist doch letztes mal joint wie denn mensch ne da hast du nicht eingeladen oder ja wie war das denn wie geht das weiß nix ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht ich weiß auch nicht links rechts oben unten Prozent 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 auch nachher noch lokales spiel ist eigentlich nur netzwerk oder an einer konsole ja das kann ja auch gar nicht beitreten wenn du anfahre zum zuschauen sind dann will sich aber nicht wie man ihren lager abspeichern soll geht automatisch nun mal online gehen dann steht da nur neues camp erlaubte aktion da wenn du auf standardrechte gas klickst da steht man darf das camp löschen, auf konspiration des camps zugreifen blablabla naja aber da gibt es nur zwei einstellungen das hatte ich letztes mal auch schon gemacht städtchen sitzung wird erstellt aber ist denn alles weg jetzt? ja das wäre ja doof wäre ja blödsinn also beim singleplayer wenn du alleine spielst das hatte ich auch nicht alles weg ja da haben wir irgendwas falsch gemacht ja da haben wir einfach ausgemacht und es stand ja auch da war ja auch eine wahlmeldung ne ich habe nicht einfach ausgemacht ich bin ganz normal rausgegangen beendet und so jetzt kann ich hier wieder profil 1 anklicken aber dann ist da kein lager soweit ich weiß jetzt war gestern nichts warte campgemeinschaft das camp verwalten das camp verwalten was ist das denn? ne da ist das eine ja jetzt kann ich dich hier inweiten moment klingen überall an jeder ecke 20 20 komisch 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 das war aber jetzt erstmal testen dann bauen wir erstmal ein camp naja wohl klar betreten betreten 258 pfeile ich habe zwei pfeile verloren scheiße scheiße der leder lehder 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 feuer stein splitter da ist er ja dann suchen wir uns mal ein plätzchen oder bauen wir das einfach hier egal sammeln ist ein paar klamotten feuersteinsplitter aus wir brauchen auf jeden fall hat noch ein holz und ganz groß hier immer weiter geht immer weiter immer weiter immer weiter hat noch mit dem camp also brauchen drei seile noch flechtseile und und diese scheiß balken da ich glaube da müssen wir die eine quester machen dann kriegen wir die schneller da war ein hirsch hier ist auch immer hier ist auch so eine luke na ja die sind überall hier kannst du überall rein gehen und da kannst du nachher auch raussuchen wo du rauskommst aber ist das denn nicht sinnvoller wir haben unten eine kiste oder so oder vom lager ich weiß nicht wie groß die ist da unten wenn du sowieso immer auf dieselbe stelle herunter kommst noch gehen wir mal rein aber du musst ja nicht bei jedem starten neues lager bauen das kann doch nicht sein hat die denn hier irgendwie kannst du da unendlich reinpratschen oder was haltbarkeit 3000 ich kann es auf jeden fall nicht verbessern da machen wir erstmal die eine quest wieder und wann hat erste einrichtung die quest stufe macht man direkt mal auf voll dampf ach da geht er jetzt noch höher letztes mal ging es nur bis sechs oder nein 4 oder das war mal 5 kommen starten zack und da drehe ich nicht wieder gut bin drin ja jetzt ist die krüche angezeigt muss ich einfach nur nach oben drücken dann bin ich direkt nicht direkt an das 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 Oh, die sind jetzt auch stärker, die halten jetzt schon zwei Volltreffer aus in Stufe 5. Ach, wie war das noch mit dem rübergeben? Warte. Warte mal. Hier rübergeben. Ja, ich habe gerade jede Menge Pfeile eingesteckt, die brauche ich aber nicht. Achso, ja. Das ging nicht überhaupt. Du konntest halt nur in die Kisten tun, ich weiß auch nicht. Wenn du einen gewissen Abstand bist, kannst du die überschicken. So, jetzt müssen wir aber gleich mal gucken, die hier auch. Oh ja, da liegt doch kein Holz, keine Bären, den kriegen wir auch nicht. Klar liegt die Holz. Oh, ein Dicker. Achtung, er kommt. Oh, viel mehr Zombies wie sonst, ey. Oh ja, meine Mutter wird doch immer schwerer. Ja. Di, 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 di. Hä? Ja, wenn du schnell genug X drückst, dann hast du echt einen guten Schlag. X? Achso, das ist ja der Final. Klatsch. Wo ist der Hirsch? Hier nicht. Was hängt denn da am Baum? Eine Puppe? Oder ein kleines Kind? Hm? Was? Baloo? Oh, da war mal knapp. Holzstücke, ich hab alles. Brauch ich nur noch den Hirsch. Ja, der braucht hier in irgendeiner Ecke stehen bestimmt. Der Hirsch. Ja, ich muss ja noch ein bisschen sammeln. Ich muss auch beipflanzen. Ja. Und so. Und hier alles steht, meine Fresse. Ja. Merkt man schon, wenn man die Stufe erhöht. Da ist noch Holz. Da ist noch Holz. Baloo. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Wird schon wieder Hirsch. Ich glaub der ist hier beim Haus. Hier beim Haus? Was ist das für ein Geräusch? Ah ne, ist wieder so ein Fettsack. Ah ne, ist wieder so ein Fettsack. Gibi du. Kein Hirsch. Und wieder Terroranschlag in Barcelona. Drücke um. Achso. Echt? Gar nichts gehört. Ja, gerade eben. Wann da? Menschmenge, durchgeballert mit dem Auto. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du, 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 du. Hirschlein. Wo bist du? Wo bist du? Ja, ohne Ecke besteht da bestimmt. Musste ich echt ran, äh. Antasten. Na? Wo ist denn das Hirschilein? So groß ist der Teuer jetzt auch nicht, Mensch. Ja, ich vermute, der hört uns, der läuft schon. Hm. 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 Da ist er. Da ist er. Er hat einen Rundlauf. Hau drauf. Leicht verpackt. Lief jetzt hin, Stunden hin und her. Hau drauf. Alles grün. Wir können. Oder hast du noch irgendwas? Nein. Nein. Alles gut. Hier. Cool. Jetzt fisch er dir. Bla. Ich geh mal richtig punkte jetzt. Richtig. Jo. Schloss knacken hatte ich auch geskillt. Die, 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 die. So, nöle. Wann haben wir den Scheiß jetzt wieder? Und nu? Bauen wir uns so'n Ding. Wo bauen wir das denn? Einfach hier? Ach komm, hier ist Platz genug. So, wie geht das nochmal? Zack. Ne. So. Zack. Und. Zack. Zack und klatsch. Zack und klatsch. Und Klitsch. Und. Kannst du auch drehen? Aha. Drehen wir das mal? Ja, ich bin oben. Genau. Und. Zack. Jut. Jetzt habe ich das Ding gebaut. Ich habe gerade ein neues Gebäude platziert, ja. Kämpfstufe zu niedrig. Blablub. Genau. So. Reinlehnen tue ich jetzt noch nix. Darf ich dann für eine Stufe hier ein? Geht dann nochmal auf die Stufe des Kämpfs. Einfach mal erhöhen. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. So. Campstufe haben wir jetzt schon mal auf 4. Echt? So schnell? Wie hast du das denn gemacht jetzt? Ja, ich habe aber jetzt so viel EP gerade gesammelt bei der Quest. Oh, jetzt kann ich aber auch. Guterweise. Ne, jetzt kann ich meinen Charakter wieder updaten. Charakter Stufe 3. Charakter Stufe 4. Ja. Ja, das kannst du, wenn du das Camp erhöhst. Ist ja klar. Äh, zack. Geil. Jetzt können wir mal hier Vollgas geben. Was haben wir denn zum Bauen jetzt? Boah, jetzt haben wir auch nur... Ja, du kannst immer so hoch wie das Camp ist. Kannst du leveln. Andere Spolzen. Ist voll schnell. Einfach mal. Und mit 4. Kann man auch nix machen. Ja, egal. Ich wollte aber jetzt erstmal wissen, bleibt das Camp jetzt oder nicht? Ja. Ja, wir müssen nochmal gucken irgendwo vielleicht. Was vergessen haben. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt auch hier auf Beenden gehe, willst du wirklich ins Hauptmeni zurückkehren? Alle nicht gespeicherten Fortschritte gehen dann verloren. Ja, dann gucken wir mal ab. Ohne Feuer. Kann doch nicht sein. Ich muss dann ja irgendwo irgendwas machen. Kann mal drüber sehen. Warte, ich muss mal gucken. Was ist denn hier das Video eigentlich? Ich guck mir mal das Video an. Ja. Ja, das ist aber... Wie kann man koopter Camp speicheln? Wie kann man das Camp speicheln? Ja, ich will nicht sagen. ... Wenn du im Online-Modus spielst, speichern das Spiel direkt nach jeder Quest. Bei lokalen Spielen musst du es auch automatisch speichern. Nach jeder Quest? Da müssen wir jetzt noch mal eine Quest machen, wahrscheinlich. Aber ich meine, das hätten wir gestern auch gemacht. Wenn du im Online ein neues Camp eröffnet hast, such nach leeren Servern. Da wirst du deinen Server finden mit deinem gespeicherten Spielstand. Der Server entspricht deinem Namen. Er hatte dasselbe Problem. Und hatte dann vier Camps. Also wirst du in der Liste unseren Server suchen anscheinend. In der Serverliste. Der hatte einer das gleiche Problem gehabt. Der hatte dann auf einmal vier Camps. Ich habe gar nichts zu trinken, was sehe ich gerade. Ja doch, ein Säftchen. Ja, Beeren sammeln oder so. Ja, ich habe einen Saft hier. Wenn du Schokolade isst, verlierst du aber auch gleichzeitig dein Durst-Dingens-Level. Na, ich habe keine Schokolade überhaupt nicht. Ja, ich habe einen Schokolade. Ich würde sagen, dann machen wir einfach mal die nächste Quest. Aufenthalt auf der Farm hat man glaube ich noch gar nicht die Musik von Game of Thrones ist total geil Komisch die Serie guckst du nicht aber die Musik findest du gut Beste Serie überhaupt Betritt das verlassene Haus von dem dir Kovac erzählt hat und besorge dir alles nötige bla 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 für bessere Waffen gut ich starte Ane warte mal Stufe was machen wir da Wir haben sechs, ne was hast du? Fünf hast du genommen beim letzten Mal ne? Ja Mache ich nochmal, gut, zack Naja, ne hier waren wir noch nicht Das kenne ich noch nicht Betritt das verlassene Haus Ja Action So dann gucken wir mal Da ist er Yeah Yeah Oh Hier liegt ein Pferd Teilweise Ja, krass Hallo Hallo, da sind sie wieder Probier es mal Ich habe geschossen Warte, der hat ja so eine Hacke fallen lassen, kannst sie auch benutzen Rostige Mistgabel Balu Balu Brauch mal ein bisschen was zu essen, oder? Bala, falsch das Die lassen alle Mistgabeln fallen, geil Zack, zack Ich will auch ein Helm Und feine Klatsch Wie ein Helm kann man denn Achso, brauchst du mal Hab ich denn ein Helm? Ich meine, du hättest eben ein Helm aufgehoben Soll zumindest so aus im ersten Moment Äh, wo sieht man das? Ausrüstung Schutzhelm, jo Cool Das denn Zack Dann schalte ich mal aus Das sieht scheiß aus So Weißt das? Ja, wo läuft der denn hin? Aua Nö, da mach ich mir selber was Ah ja Ab Nix Ah ja, geh Nix Ne, nix Ja, hab ich gehört von Markus Ich hab schöne Bilder von Michael in die Schiff gerät Von den zwei Ja Von gestern nach Salona Wo das heut passiert ist, da waren die ersten, die da auf der Straße Ach, da war gestern? Nö, nö, die zwei waren gestern da Tom und Jill Macht ja gerade Urlaub Oh weine, oh weine Ja, das ist wirklich Wie die Scheiße so hat er Aber so schnell kann er gehen, ne? Bis zum Urlaub kommt Die Ausgarte Moin, hier gibt es doch nicht mal einen Apfel, was ist denn hier los? Kann man die Mistgabeln denn auch benutzen? Kann man die Mistgabeln denn auch benutzen? Kann man die Mistgabeln denn auch benutzen? Ist das eine Waffe? Ja, ist eine Waffe Was bringt die denn? Achte, was steht da eigentlich was? Boah, Schaden 229, kann gar nicht schlecht so sein, ne? Ich leg die mal an Mach mal, mach mal hier, mach mal was hier da Mal gucken wir die hier drauf an Bix, bix Wut, wut Da liegt noch ein Helm Hier, hast du einen Helm aufgehoben? Da ist doch gerade einer Aua Ich muss mich mal flicken Hab ich den jetzt aufgehoben? Oh, da kannst du nicht mehr diesen schönen Angriff machen Äh Wo ist es? Da Schutzhälen, jo Na ja, finde ich die Machete war eigentlich besser Aber kann man die auch zerlegen, die Klamotten, die da... Ne, ne? Vielleicht kommt später ein Händler oder so, man findet ja auch dauernd Geld und sowas Ja Ja Die Klamotten, die du kannst ja alle aufheben eigentlich immer Sack Na ja, kannst du alles auch heben hier Nächstes Essen, das ist echt scheiße Ich hab nur noch 35% Musst du skillen Musst du skillen Das ist das erste, wenn ich die skillet hab volle Pulle Ja, hab ich schon Hab ich auch volle Pulle Oh Die geht hoch Ah Kann man hier von dem Pferd nix essen Du hast ja auch manchmal so Hasen oder sowas rumlaufen, ne? Die kannst du auch erlegen, da kriegst du was zu essen, glaub ich Okay Kann auch sein, ob man da noch kochen muss, ich weiß das gar nicht Hä? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er auch Da ist er Ich komm nicht über die Uhr Achso, ist das vielleicht ne Händler Oh nein, ich störe doch, ne? Achso Ja klar Können wir Freunde werden? Natürlich Hier ist der Schlüssel zur Hintertür Sei vorsichtig Die Viecher sind zäh Okay, mein Freund, okay Mhm Ziel aktualisiert Töte 35 Infizierte Ich geh mal nach oben Das ist aber nicht viel Rein und raus Ohne Werkzeug ist das Ding nicht zu knacken Schlüssel zum Schlafzimmer Ich hab ein Hammer hier Warte mal, hatte ich den nicht mitgenommen? E Schlüssel zum Garten Schlüssel zum Garten Nichts zu futtern hier Ja, auch immer Ja, nix, echt Kein Schokogel Nüs So, wir suchen nicht gut genug Ihr seht halt eigentlich immer ein bisschen glänzen auf dem Boden Oh, da ziehst du ja direkt auf Oh, da ziehst du ja direkt auf Mit etwas Übung sollte das Ding knacken oder dort? Das müssen wir noch machen, also Infizierte Klötchen Schauen wir mal Raus, ne? Ja Ja, ich bin raus, Young Oh mein Freund Bist du infiziert? Ne? Doch Auf jeden Fall UFO rein mit dem Schlüssel Achso, ist vom Hinterausgang, ne? Stimmt Ich hab's vergessen Müssen wir doch wieder rein und hinten raus Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Hinterausgang Ja, wir müssen außen rum, oder? Bestimmt Wir haben da extra einen Schlüssel gekriegt Ja, ja, für außen rum momentan auch gleich Ja, hier sind Ah, ja, yes Hier geht die Luzi ab Da sind noch ein paar Fans Hier kannst du kacken Na runde kacken Ui, ich hab's da ein bisschen aufgescheu ich glaube ich Ich kann nicht zählen, warum? Ich bin zu nah ran hin, sonst liegt's gleich da Quatsch Unbesiegbar, unbesiegbar, unbesiegbar Lass meine Pfeile liegen Ja, essen und trinken droppt eigentlich sehr wenig Ja, ist halt ein Survival-Spiel, ne? Das ist schon gut, wenn er nicht zu viel droppt, aber gar nichts ist natürlich scheiße Boah, was ist denn los? Boah, was ist denn los, ey? Zum Glück sind die so langsam, ey Ich hab keine Aushauen, ey Aua Aua Ziel aktualisiert, ich glaub wir haben das Ich schnuppe, ich brauche jetzt essen Boah Kannste Heilpflanzen fressen Vielleicht bringen die ja was zum Essen, keine Ahnung Ne, ich hab gerade eine benutzt, das war nicht Okay So, äh, sprecht mit Raymond Ah, Raymond Ha Raymond, Raymond Raymond Ach du Scheiße Findet Aluminium Rohr, Findet Stahlfeder, Aluminium Rohr, Sagel Schachtel Attacke Haben wir jetzt einen Schlüssel gekriegt, wo oben Äh, ne Ich mein wohl Doch Warte mal Muss auch schon mal lesen Ich muss erst mal hier Dingsen, 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 Dingsen Energieverbrauch Kann man die teilen oder nicht? Ne Ich hab Schlossknack mal geskillt, also Was ist das an Es hat an Passt zu Irgendeiner Interface Verbesserung der Waffe Mithilfe von Modulen Was für Module Anscheinend hab ich noch nix Ich bin überladen, ich kann nicht mehr tragen Nimm mal die ganze Zeug hier mit Ich kann nix mehr Ich kann nix Also Muss aber jeder Ach du Scheiße Aluminium Dose Aber ich hab alles Ich hab alles Gut Dann können wir ja abhauen hier Zack Und Quests bestätigen Bitte warten Okay Okay Ja Alles klar Dann testen wir das jetzt mal Oder wie So Ab Level 10 können wir neue skillen Also momentan ist es noch Was ist das? Achso Quest job Oder mit So Dann Verbessere ich erstmal die Truhe hier Ja Volle Bulle Ja tu mal alles in einer dann erstmal ne Naja klar Du hast gar nix drin in der Truhe Ne Noch nix Ist doch klar Hattest du mal drangelegt Aber du kannst wohl ne Menge tragen Weil wenn ich jetzt sehe Weil ich alles in den Taschen hab Und hab das 27% Hast aber wenig aufgehoben Ich hab 112 Ähm Stoffstücke So Alles mal da rein Oder warte mal Ich mach mir erstmal ein paar Verbände Fällt mir grad ein Gut So Einfacher Fall Meine Fan-Seite hat jetzt 1000 Likes Juhu Hast du gekauft Ist das Holzbrett Wie Holzbrett Wie Holzbrett Ne Nichts gekauft Sack Achtung Das ist eine gefährliche Was und Ernährung Ja Ich bin unterernährt Ich bin unterernährt So Ich behalte jetzt erstmal alles Und beende mal hier den Server Und dann gucke ich mal Ob der wirklich dann da ist Warte mal Ja